Manchmal werden wir gefragt, was uns antreibt. Stellen Sie sich ein Team vor, in dem renommierte Experten das Beste aus der ganzen Welt zur Sicherung Ihrer Ernte zusammentragen und weiterentwickeln. Stellen Sie sich ein hellwaches Team vor, das sich ehrgeizige Ziele setzt. Ein Team, das nach wirtschaftlichen Lösungen für alle sucht. Stellen Sie sich ein mutiges Team vor, in dem die Innovation von heute die bessere Welt von Morgen ist, in der wir alle Menschen ernähren. Stellen Sie sich ein Team vor, das in der Lage ist, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen und dabei gleichzeitig Umwelt, Energie und Ressourcen schont. Das mit höchster Sorgfalt immer weiter forscht, um Resistenzen von Schaderregern und Schädlingen auch in Zukunft auszuschließen. Stellen Sie sich ein Team vor, das sich täglich in seinem Streben und Handeln seiner sozialen Verantwortung stellt, damit die Landwirtschaft zu uns Menschen passt. Was uns antreibt Sie Was uns antreibt